Hallo Leute und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Episode. Erstmal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Immer geht einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Schreibt mir eure Ideen in die Kommentare und ich würde sagen, dann fangen wir gleich mal an. Erstmal noch eine Entschuldigung am Anfang, ihr kennt es ja sicher schon, aber ich habe heute und ich habe einfach zur Zeit extrem viel zu tun. Letzte Woche mehrere Klausuren, mehrere Tests, ihr kennt das sicher auch, gerade wenn es jetzt mit dem Schuljahr zu Ende geht, sage ich mal, ich habe wirklich noch viele Klausuren, auch Testen noch vor mir sogar. Ich habe jetzt wirklich noch nächste Woche zwei, übernächste Woche zwei. Also ich habe zur Zeit wirklich einfach wenig Zeit und ich will mich dafür auch gescheit vorbereiten, ihr wisst ja. Und deswegen, wie gesagt, kam jetzt erstmal die letzten zwei Wochen knapp nichts. Ich bin auch nicht so wirklich zum Bauen gekommen, ich werde euch trotzdem zeigen, was ich zur Zeit so gemacht habe. Deswegen wird das Video immer nicht so lange. Erstmal hier, ihr seht ihr so ein bisschen der Eingang, da bin ich gerade dabei. So werden die Säulen dann aussehen, hier außen rum kommen ja dann immer noch die Schrägteile, die kennt ihr ja auch schon, das sieht dann so aus, wie gesagt, die werden noch kommen. Ansonsten zeige ich euch dann gleich noch die Stühle, die ich mal gemacht habe, für den Jedi-Tempel, für das Jedi-Counsel, die habe ich euch ja noch nicht gezeigt. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Hier kommt dann, das ist das mit der schwarzen Wand dahinter, so sieht das da aus. Und das kommt dann halt da sogar vor. Also besonders mit dem Raum hier vorne bin ich eigentlich quasi, ich sag mal so fertig vom Konzept her, ich muss es halt nur bauen. Aber so von den Ideen her ist das alles ganz schön weit. Wie gesagt, ihr seht, so sieht das hier aus. Ich gehe da mal rüber, weil ich bin auch gerade dabei, logischerweise die Bibliothek zu bauen. Das wollte ich ja auch eigentlich schon viel früher geschafft haben. Ich bin aber schon mit dem Konzept relativ weit, wie ich es machen will. Ich zeige es euch einfach mal kurz. Das ist sozusagen der vordere Teil. Ihr kennt das bei der Bibliothek, bei diesen Bücherwänden, da sieht es dann vorne so in der Richtung aus. Ich bin noch nicht sicher mit der Farbkombination, ob ich das wirklich eins zu eins so machen werde. Aber definitiv sowas in der Richtung. Auf jeden Fall mit viel Schwarz. Dann kommt dieses Teil hier ran. Das wird dann so aussehen. Jetzt werde ich noch gucken, wie hoch das wird und so, aber das wird auf jeden Fall hier rankommen. Ihr seht schon, hier sind so Fliesen. Da kommen dann wirklich hier, mache ich es dann so. Ihr seht, das wird man dann hier so ransetzen. Das wird dann hier wahrscheinlich irgendwo festgemacht. Und dann kommt das, wie gesagt, hier so ran. Und dann wird dann hier, sieht man dann sozusagen diese glänzende Bücher. Ich bin noch nicht 100% sicher. Ein Problem, was ich habe, ist, dass ich hier noch ein paar Teile brauche für. Ich will noch ein paar hell. Ich zeige euch mal einfach kurz, welche ich meine von der Farbe her. Ich will noch ein paar von denen hier haben. Also in der Farbe, ihr seht es ja schon, solche in der Richtung, weil das sieht einfach noch besser aus. Und die muss ich noch bestellen. Außerdem bin ich, wie gesagt, noch nicht 100% sicher, wie es wird mit der Farbe hier vorne. Aber vom Konzept her, so soll es aussehen, wie gesagt, auch etwa die Breite, also vier Steine breit. Eins jeweils, dann halt so hoch und wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger. Also je nach Raum, so lang etwa, so hoch, vielleicht sogar auf zwei Etagen. Ihr seht ja, hier ist relativ viel Platz. Heißt, ich habe mir vorgestellt, hier wird wirklich komplett die Bibliothek kommen mit allem drum und dran. Vielleicht auch noch die Computersitze, die man aus Clone Wars kennt, wo Ahsoka saß. Zum Beispiel, als sie ihr Lichtschwert finden musste oder auch beim Holocronraub mit Cat Bane waren. Ja, auch dieses Computer zu sehen, die wurden da genutzt, wo man Sachen suchen kann in der Bibliothek. Das kommt definitiv auch, denke ich. Ich werde wirklich wahrscheinlich diesen gesamten Platz nutzen für die Bibliothek. Das ist einfach einer der Hauptelemente des Jedi-Tempels. Heißt, das wird richtig cool. Da werde ich dann noch gucken, wie ich die anordnen werde. Wahrscheinlich werde ich dann hier so an der Wand einfach so mehrere große Bibliothek, so mehrere große Bücherwände machen und dann hier so gestaffelt. Eben diese Teile hier. Und dann wahrscheinlich noch halt eine zweite Etage nochmal mit Büchern, die man auch so sehen wird. Ich habe auch im Internet ein paar coole Sachen gesehen. Auch in Lego hat da jemand was gemacht. Das werde ich wahrscheinlich dann so ähnlich machen. Das fand ich richtig krass. Kann ich euch demnächst mal zeigen. Vielleicht auch, wenn ich es wieder finde. Ist schon ein bisschen her. Jedenfalls, wie gesagt, dann hier die ganze Bibliothek. Dann wahrscheinlich hier so oder hier in der Mitte vielleicht sogar die Computer. Und dann halt hier so in der Ecke vielleicht auch was mit dem Holocron. Mal gucken, wie ich das machen kann. Ob ich wirklich diesen Holocron Raum machen kann. Dann bin ich am Überlegen. Sollte definitiv eigentlich möglich sein, dass man hier so, wie gesagt, so hier in der Ecke den Holocron Raum macht. Und ansonsten, wie gesagt, hier dann hier die große Bibliothek. Und dann ansonsten, ja, da bin ich wie gesagt gerade dran. Da muss ich noch ein paar Sachen heute bestellen oder morgen. Und ansonsten muss ich halt schauen, wie ich das so mit auf die Reihe kriege. So die nächsten zwei Wochen etwa werde ich noch ein bisschen Stress haben. Vor allem nächste Woche. Die Woche danach wird dann schon entspannter sein. Heißt, dann werde ich schon mehr bauen können. Dann werden auch wieder mehr Videos kommen. Keine Angst. Und dann sind auch schon wieder nächste Woche und dann noch übernächste. Da sind schon die Klausuren für mich vorbei. Heißt, dann wird wieder das Bauen hochgefahren, sage ich mal. Vom Tempo her wird dann wesentlich mehr auch relativ in zügiger Zeit kommen. Weil vom Konzept her, wie gesagt, ist das in Meinung alles schon relativ weit. Ihr wisst ja von außen sowieso. Hier muss man wirklich nur die Wände hochziehen. Und für die Stabilität sorgen. Und hier drinnen auch, ihr seht ja hier, da vorne ist eigentlich alles fertig. Ich finde, das sieht richtig cool aus schon. Man muss nur noch wirklich dann alte Fliesen hinlegen und so. Und ich brauche die passenden Steine. Hier ist es ähnlich. Es ist noch nicht perfekt. Ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr euch so denkt davon. Würde mich sehr interessieren. Aber so im Groben und Ganzen ist das wirklich, denke ich mal, schon relativ weit. Trotzdem Entschuldigung dafür, dass es wie gesagt in letzter Zeit nicht so viel kam. Aber ich denke mal, ihr müsst das, ihr könnt das auch verstehen, denke ich. Ich habe einfach nicht so viel Zeit und da kann ich halt schwer noch so viele Videos machen. Vor allem, ich kann auch keine Videos machen, wenn ich euch nichts zu zeigen habe. Ich würde sagen, dann zeige ich euch jetzt noch zum Schluss kurz die beiden Stühle. So sehen die beiden aus. Das sind beide Arten, die ich benutzen werde. Vielleicht werde ich noch eine dritte machen. Einmal Jodas Stuhl. Ihr seht den schon. Der ist so ein bisschen kleiner gehalten, logischerweise. Für Yoda. Da muss ich auch mal schauen, ob ich ihn draufsetzen werde wirklich. Weil Yoda kann ja als Lego-Figur nicht sitzen. Ob ich ihn dann irgendwie draufstecken werde oder so. Mal gucken. Nur mit seinem Torso. Oder ob ich ihn einfach halt so einbauen, das halt läuft oder so. Dann muss er nicht unbedingt hier sitzen. Jedenfalls sieht er so aus. So ein bisschen rundlicher. Und dann hier, das ist der größere, eben mit diesem, ja, Seitenverstrebungen. Und hier so auch mit so ein bisschen so, der Sitz ist so ein bisschen, der Sitz ist so, sieht er aus. Mit dem Rot. Und hier auch, wie gesagt, diese Seiten, wo man dann die Arme drauf stützen kann. Finde ich sehr cool. Wie gesagt, bin ich noch überlegen, welche Seite. Ich nehme also, ob ich den so rum mache. Ich kann auch den Sitz so einbauen. Bin ich noch ein bisschen überlegen. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, welche Sitz die sind. Und das kann man beidseitig sozusagen benutzen. Oder ob man es so macht. Wahrscheinlich werde ich es aber so machen. Ich finde persönlich einfach, das sieht schöner aus mit diesen runden abgerundeten Stützen. So sieht es auch in echt aus. Ja, und ich würde sagen, das war es dann mit dem Video von heute. Danke fürs Zuschauen erstmal. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche wieder am Samstag wieder. Oder vielleicht auch schon am Freitag, je nachdem. Dann bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Tschüss.